Grüß Gott, Frau Dieter, wir suchen uns einen Gletscherführer. Ah, da ist ja schon einer. Entschuldigen Sie, bei Ihnen kann man eine Gletscherführung machen, nicht wahr? Ma, und Sie tun uns ja, holst du den Aufzugspitz zu rinnen. Bitte? Ma, und Sie tun uns ja, holst du den Aufzugspitz zu rinnen. Ich versteh gleich was. Ah, da brauchst du einen Audio-Guide. Das ist ein Auto-Guide, die musst du aufsitzen. Versteh ich mich jetzt? Ja, ich werde ja. Ich gehe. Geht das auch noch bergab? Das hat ja noch Titzel-Wähl nicht nötig. Bitte? So. Nein. So, Ome. Also. Die Gletscher sind die größten Süßwasser-Speicheln der Welt. Ganz ruhig, Appetit, ganz ruhig. Also, das ist ganz häufig. Schnee. Bleibt liegen. Darf halt ich schmelzen im Sommer. Und es ist ein Schnee im Winter, gell? Neuer Schnee. Immer drauf, 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 drauf. Unten wird er platt. Und ab einem halben Meter Höhe nach unten die Gletscher davon. Also, Schnee, bleibt liegen, dann wird er schmelzen im Sommer, und es ist ein Schnee im Winter, kommt neue Schnee mehr drauf, drauf, drauf. Also, schnell, ich hab's verstanden. Das ist gut. Also, die Gletscher von da drüben bis da. Und dann ist das erste Mal, die Gepatschferner, die Hintergurgle, Schwarzkogelkäse, Schwarzpatscher, Fernauferner, der Dr. Schwarzkogelkäse, Schwarzpatschkopf, Fernauferner, der Dr. Schwarzkopf, Fußkäs, der Hintere mit, es ist ein scharfener Nagelack. Der Nebel, Schnappkogel, Kopfspitz, Hochsteiner, Spitzkogel, Schaufkopf, Stein, alter Biefelsteiner, Einkopf, dazu erlag diese Eiskogel. Schließlich, Zschachener, Ach, Joch. Ach, Zschachener, Ach, Ach, Joch. Der Tschetschen ist ja Ach, Ach, Oje, Oje, Joch. Ähm, kurze Paratise, wo war nochmal der Hintergurgle, Hintergurgle, Schwarzkogelkäse? Der ist, der war doch gerade noch da. Das ist nämlich ganz einfach, der ist genau zwischen dem Schnappkogel und dem... Wo ist jetzt der Kopfspitzblieb? Ja, lassen Sie mal, lassen Sie mal. Ja, äh, oh, ist das da der berühmte Schneefernergletscher? Ah, das werden immer mehr. Vor Jahren ist das Eureuske gewesen. Hm, dann ist das der Brösel. Jetzt haben wir hier die östlichen Schneeferner. Nein, die gibt es nicht mehr. Den südlichen, einfach östlichen. Und den ördlichen, da. Ah, ich sehe es, ja. Herrlich. Bizarre, diese Rillen, ist das Film. Hm, Plastik. Plastikplanen, hm. Die Gletscher ist drunter, für die Skifahrer, gell. Muss ich mal schauen. Ah, der Gletscher ist jetzt gerade da. Ja, da ist vielleicht was trinken, in der Gletscher-Bar. Na, da ist ja Gletscher-Bar, hm. Da kannst du was trinken. Wurscht ist die Gletscher-Bar. Na, jetzt wurscht. Dann kriege ich 40 Euro. Ja, natürlich, ja, natürlich. Tja, komm, ich hatte doch noch immer Geld in der Hosentasche. Es tut mir leid, ich... Hallo. 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 Applaus Vielen Dank.